Es gibt eine gute Neuigkeit für alle Fans des mutmaßlichen Rappers Bushido. Er hat Ärger mit dem Finanzamt. Es wird behauptet, dass er Steuern unterzogen hat. Normalerweise gilt die Unschuldsvermutung, aber ich glaube, Rapper legen Wert auf die Schuldvermutung wegen der Glaubwürdigkeit auf der Straße. Bestimmt wird er trotzdem freigesprochen. Er dachte, bestimmtes Geld für die Bande sind Betriebsausgaben. Er ist sicher erstaunt, dass der Staat den Leuten Geld abnimmt, ohne zu rappen. Seinen nächsten Preis für Indikation kriegt er aus Griechenland. Morgen geht's weiter.